Und dann Moinsen zum ersten Teil des nächsten Dreiteilers, auch das wieder aufgeteilt, einfach auch für, ja, ich sag mal, drei kürzere Videos, auch da könnt ihr euch gucken, was interessiert euch, was nicht, das erste ist hier Protestaktionen, das zweite wird VfB News sein und das dritte dann auch noch mit, ja, nach Mainz und vor Darmstadt vor dem Spiel morgen. Diesmal ohne Kamera, ganz simpel, aus Zeitgründen, ganz einfach, gehen wir rein in die Protestaktionen, da gibt es ein paar Updates, paar neue Bewegungen, das Thema grundsätzlich brauche ich, glaube ich, nicht nochmal aufzurollen, ich glaube, die meisten, die da daran interessiert sind, haben da schon, ja, die Infos und haben da auch schon eine Meinung sich auch selber gebildet, habe es auch besprochen in den letzten Videos, habe da auch mittlerweile eine recht klare Haltung zu, inhaltlich bin ich voll dabei, was da passiert, auch wenn ich, ja, persönlich die Protestform aushalte, ich halte das mal aus, im Stadion ein bisschen zu warten oder so oder vor dem Fernseher, kriege ich noch hin, die paar Mal, das ist jetzt eben passiert, aber auf der anderen Seite muss mich eben da auch nicht wundern, aus der Seite heraus, dass es eben auch einige gibt, die da mittlerweile dagegen sind, ähm, finde es da auch schwierig, ähm, habe es so ein bisschen versucht, dir ein bisschen, ja, Struktur reinzubringen, aber vielleicht muss ich an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Einwürfe geben, jetzt zum Beispiel, weil ich finde es ja generell schwierig, das ist auch immer so ein Thema, was natürlich vor allem über Social Media läuft, ähm, aber was da teilweise von den eigenen Fans kommt so, ne, so nach dem Motto, keine Ahnung, wie kann man nur gegen den Protest sein und so, raus aus der Kurve, wenn ich für den Protest ist und so Geschichten, ähm, keine Ahnung, das verstehe ich nicht so ganz, weil ich meine, wenn wir die einen für den Protest sein dürfen, dürfen die anderen auch dagegen sein, so, das müssen dann die aushalten, die die Tennisbälle werfen, dass andere was dagegen haben, so, so ist es halt ganz normal in der Gesellschaft, ähm, finde es generell da Quatsch, so über seine eigenen Fans auch zu urteilen, so, es gibt es ja auch in, auch schon öfter, auch jetzt eben diesen ganzen, ganzen Lauf, wo es gut läuft, ne, Stimmung mal hier und da vielleicht ein bisschen durchwachsen, weil der Erfolg sich auch schon so ein bisschen eingestellt hat gerade und sowas, da gab es auch schon oft irgendwelche, keine Ahnung, Tweets und whatever zum Thema irgendwie, wer, wer ein Recht auf Karten in der Katja der Kurve hat und wer nicht, äh, keine Ahnung, finde ich wirklich schwierig, keiner kann für alle Fans sprechen und, ich meine, so eine Haltung hilft auch absolut nichts so, halte ich für Quatsch, dass sich da manche so ein bisschen auf den Podest stellen, sag ich mal, weil, sag ich auch, wenn es nur auf Social Media ist, aber da kriegt man es eben vor allem auch mit, ähm, generell, du brauchst halt ein Zusammen-Miteinander statt ein Gegeneinander, ist ja auch ganz klar, ähm, bleib aber bei den Fans, weil was mit da oft zu kurz kommt, was ich vielleicht auch noch zu kurz angesprochen hatte in letzten, ähm, ja, letzten Berichten, sag ich mal, von mir zu der Thematik Protestaktion, DFL Investor und so weiter, ähm, ist halt Thema Fans, weil es kommen wir von einem in Berichterstattungen zu kurz, dann auch eben Live-Berichterstattungen, Sky und so weiter zu kurz, ist ja diese immense Wichtigkeit der Fans, Fans für den Sport, Fußball, so, weil es soll ja was vermarktet werden, die Premier League soll aufgeholt werden, was generell eh Quatsch ist, die holst du nicht mehr auf, ähm, weiß auch nicht, warum das jetzt unbedingt so ein anstrebungswürdiges Ziel sein sollte, guckst du mal auf ManCity und so Geschichten, überall Quatsch, Stimmung in der Premier League meistens, außer in irgendwelchen Topspielen, City, ja, muss ich auch sagen, die haben eigentlich Tradition, ne, zweite englische Liga und so Geschichten, da ist ja eigentlich was da, aber da ist ja auch komplett Totenstille in jedem Spiel, ähm, auch da gibt es ja nichts organisiertes in Sachen Fankultur und sowas, deswegen weiß ich nicht, warum das irgendwie in irgendeiner Form anstrebungswürdig sein sollte, warum man sich das Ziel überhaupt setzt, so, auch Thema Wettbewerbsfähigkeit, Frankfurt Euro-League-Sieger geworden vor kurzem, quasi, Bayern auch Champions-League-Sieger geworden, einige Klubs in Halbfinals, viele, viele Klubs in europäischen Wettbewerben in drei Stück mittlerweile überall dabei, keine Ahnung, so, dann guckst du auf was, was anstrebungswürdig ist, ManCity, die jetzt auch wieder hier das Beispiel, die Milliarden ausgegeben haben mit ihrem Jahrhundert-Trainer Guardiola und da weiß ich wann es jetzt fünf, sechs Jahre gebraucht haben für den ersten Champions-League-Titel mit dem Team, das eigentlich sich frei, ja, eindecken konnte, das wirklich frei am Markt alles machen konnte, jetzt auch 115 Fälle, was es da sind, die jetzt aufgearbeitet werden, Thema Financial Fair Play und so weiter und so fort, ich wüsste nicht, warum solche Zustände sowas in irgendeiner Form, in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, in Sachen Liga-Attraktivität und so weiter, für uns anstrebungswürdig sein sollte, keine Ahnung und das wird auch ohne Fans sehr viel schwerer werden, sowas zu vermarkten, darum geht es ja, Beispiel jetzt wieder Bremen mit dieser geilen Chorio, alle in weiß und grün, das sah ja brutal aus, ich meine, das ist mal ganz doof und ganz naiv gesagt, wenn die Ultras, wenn die Fans sehen und der Protest ja so böse sind, dann versucht es doch mal, dann macht doch mal eure Werbeclips und so weiter und so fort, Bundesliga-Werbeclips, Vermarktung, Bundesliga, macht das, aber lasst Chorios raus, lasst Pyro-Shows raus, lasst andere, ja, andere Formen eben da raus, irgendwelche Konfetti-Aktionen und whatever, irgendwelche Mottos, irgendwelches wie in Bremen, grün, weiß, alle zusammen, lasst das raus, lasst die Stimmung raus, lasst die ausverkauften Stadien bitte raus, vermarkt das mal so, vermarkt das mal und lasst die Fans da komplett raus und dann viel Spaß. Deswegen, der Fußball ohne die Fans wäre auch vom Grundsatz nicht so geldreich wahrscheinlich, wie es jetzt aktuell ist, wenn keiner sich für den Sport interessiert, wenn keiner jede Woche für den Sport hin und auswärts und überall hin fährt, heim und auswärts und überall hin fährt, dann kannst du da auch schwer irgendwie groß was vermarkten und groß dein Geld damit scheffeln, hat auch hier die Lena Kassel, heißt sie, glaube ich, beim Landesgesagten im ZDF, sehr guter Part von ihr zu gewesen, deswegen, da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen und es kommt mir ein bisschen zu oft zu kurz, das ist ja meistens dann die Haltung von wegen, ja, Protest ist gut und ja, Protest muss man aushalten, aber, so in Live-Berichterstattungen, wenn jetzt irgendwie, Beispiel Hamburg, Hannover und sowas, das ist das Einzige, wo dann quasi die Fans dann gehört werden, ne, dann heißt es dann, jo, Protest ist gut, aber, da ist null Inhalt, null, was die Fans meinen, null, was die Fans inhaltlich raushauen, weil danach geht es dann nur dann quasi, aber, das und das ist doof, das und das geht zu weit und so weiter und so fort, das finde ich dann schon teilweise echt, echt irgendwie schwach, ähm, ist, glaube ich, hier auch generell oder bei einigen auch oft einfach generell ein Thema gegen die Ultras, was sich jetzt so in die Richtung geschoben hat, weniger gegen die Proteste, sondern eben gegen diese, die sie hauptsächlich tun, gegen die Ultras und wird da auch ganz generell drauf gehauen, ich habe auch meine Punkte, bin auch nicht mit allem happy, was mit den Ultras ist, ne, wisst ihr ja auch, ähm, aber hier finde ich es ein bisschen unfair, so, das, das darauf zu reduzieren und eben oftmals den vielen Inhalt zu ignorieren, den es ja auch gibt, auch Hitzesberger, hier wieder da beim Lanz, hat ja auch gesagt, es gibt ja Leute, die abgestellt werden quasi, mit denen man reden kann von den Ultras und so weiter, was sie auch getan haben, was auch getan wurde, ähm, gibt auch genug Statements von Fanorganisationen, genug inhaltliche Auseinandersetzungen zu allem, muss sich halt das nur durchlesen, so, man muss sich halt nur auch von dem lösen, dass das mehr sind als die ersten, ich sag mal übertrieben gesagt, die ersten paar Reihen, wo es vielleicht wirklich ein paar gibt, mit denen du nicht groß reden kannst, aber das ist ja viel mehr als das, ne, das ganze Fanorganisation-Ding, Ultras-Ding-Protest gegen DFL-Investor-Dings ist ja viel, viel größer als das, ähm, gab auch ein Statement von eben den Fanorganisationen zusammen zur Dialogablehnung, ähm, gab es ein Angebot von der DFL, kann man natürlich auch da sagen, ja, grundsätzlich schon ein bisschen doof, ne, weil das wollte er eigentlich haben, mit denen zu reden, wenn es ein Angebot gibt, dann soll man halt miteinander reden, aber so, wie es da formuliert wird, von den Fanorganisationen, ne, das ist halt deren Quelle quasi, oder deren Meinung, ähm, kann ich es nachvollziehen, ne, wenn die Herangehensweise war, dass es halt nur über die DFL-Themen geredet wird, die von sich aus sagen, das und das ist der Investor, und so und so bitte weniger Protest und so, und quasi halt inhaltlich, nicht wirklich auf Kritik eingegangen wird von den Fans, dann kann ich es auch verstehen, warum man sagt, ja gut, das wird aber am Ende sowieso nicht fruchtbar sein, und die haben sowieso alle viel bessere Erfahrungswerte, als wir, die es jetzt hier lesen und bewerten für uns, inwieweit Gespräche zwischen DFL und Fanorganisationen und so weiter furchtbar sind und furchtbar waren in der Vergangenheit, ähm, trotzdem ganz generell natürlich, Gespräche wären gut, ne, an den Tisch zusammen, ähm, alle Quellen, das ist hier nochmal wichtiger, ich spreche es ja immer wieder an, und ist ja auch klar, wie ich es mache, seitdem ich einen Kanal hier habe, eigentlich, ähm, aber auch hier, wie immer, alle Quellen im Summer-Link in der Videobeschreibung, ähm, falls man eben die ganzen Statements und sowas mal lesen will, ne, falls man da sich, äh, noch weitergehend, als meine Zusammenfassung hier quasi noch durchlesen will, ähm, spannend ist ja auch, Thema Ultras, dass es ja eben nicht nur die sind, die dagegen sind, ne, mittlerweile wurde es so oft zitiert, wurde eine Umfrage durchgeführt, ähm, Zielgruppe verschiedene Fußballfans, 71% gegen den Investor, Stadionbesucher sind nochmal mehr gegen, als der TV-Zuschauer, ne, ein bisschen ein paar Prozente mehr, ähm, aber insgesamt auch 76,8% halten es für angemessen, dass die Fans protestieren, es ist jetzt nicht nur der, der kleine Ultrakreis, die Tennisballwerfer, was weiß ich, wie man es, wie man es böse formulieren will, die gegen den Investor sind, es ist wirklich tatsächlich an der Umfrage gesehen, die Mehrheit der generellen Fußballfans, Bundesliga-Fans, die gegen diesen Investor sind, deswegen darf man auch da vielleicht eben nicht immer nur auf die eine Gruppe draufhauen oder auf die, die paar Gruppen, ähm, draufhauen, auch die VfB-Fans, haben jetzt auch was Wichtiges, ähm, ja, was Wichtiges gezeigt mit ihren Bannern, die Vereinsvertreter in der Pflicht, also geht nun auch in die Vereine schon, Thema Wichtigkeit des eingetragenen Vereins, jetzt auch da bin ich noch weniger drin, als jetzt bei dem DFL-Thema, ähm, da wohl nun auch der Investor Porsche bei uns ein Thema wird in Sachen Aufsichtsrat, gab es Berichte drüber, dass der wohl einen Vorsitz einnehmen will, im, ja, in der AG, was so eben nicht passieren sollte, laut dem eingetragenen Verein, ne, das heißt, da musst du auch definitiv aufpassen, dass eben diese Strukturen bleiben, ähm, spannend ist auch, dass Protest nun Wirkung zeigt, bei den Investoren auch, waren noch CVC und Blackstone dabei, nun, nur noch CVC, auch hier, ähm, der, ja, hier runter in die Komment-, runter in die Videobeschreibung, da in den Sammellink rein, oder generell einfach selber suchen, in Google gibt es genug Veröffentlichungen und inhaltliche Auseinandersetzungen mit diesen beiden, ähm, ja, möglichen Investoren, Private Equity-Geschichten, ähm, von den Fanorganisationen und so weiter, ne, Blackstone ist nun abgesprungen, auch wegen den Protesten, ne, Thema, Deal-Stabilisieren, ähm, Prozessdauer zu lange und so weiter und so fort, ähm, nun die Frage eben, wie die DFL und auch CVC darauf reagieren, ne, ganz generell kann man ja durchaus der DFL eine ziemliche Stillhaltung unterstellen, kam jetzt auch was bei der ARD raus, von Hansa Rostock, ähm, die würden bei der nächsten Wahl erstmal mit Nein stimmen, das war was, was mit reinkommt, aber interessanter, da gab es die Aussage, schon seit Dezember hätten die hinterlegt, dass sie eine neue Abstimmung haben wollen, ne, das wüssten Watzke und die Geschäftsführung der DFL, ähm, also auch da ist es hinterlegt, das ist jetzt nichts Neues, was durch die Prozesse kommt, sondern auch schon von den Vereinen, schon früher, da kann man dann auch die Vereine wieder etwas kritisieren, sag ich mal, weil es gab wohl eine Frist von vier Wochen direkt nach der Abstimmung für den Einspruch dagegen, ne, gegen das Ergebnis, das hat wohl kein Klub offiziell getan, ne, aber um das auch wieder, ne, das sehen zugute zu halten, immerhin tut sich jetzt was, ähm, nun aktuell ziehen noch einige andere Klubs nach, ne, so jetzt auch der 1. FC Köln, auch wieder ein großes Ding gewesen, jetzt die Tage, ich glaube auch heute nochmal aktuell, ähm, die wollen beantragen, dass die Entscheidung wieder bei den 36 Klubs liegt, bei den, ne, 36 Klubs aus 1. und 2. Liga, dass die über den Abschluss mit dem Investor entscheiden, ohne den DFL-Vorstand, die also dem, der DFL quasi das Abschlussmandat dann nehmen, ähm, mittlerweile auch, wo er auch berichtet, dass mittlerweile schon 10 der 36 Vertreter für eine Neuabstimmung sind, ähm, das ist schon alles ordentlich, ähm, und das Ganze hatte jetzt eben auch vor, vor einem Tag, vor zwei Tagen einen neuen, dicken, fetten Auslöser, nämlich Hannover 96, bei denen gibt's ja den Stress im Verein mit Kind schon lange, auch in der intransparenten Abstimmung ist eher ein Hauptthema gewesen, ähm, da hat jetzt der eingetragene Verein Hannover 96 nur eine Stellungnahme abgegeben und die ist ein Brett, die ist ein absolutes Brett, die bestätigt viele Berichte und damit auch eben auch viele Kritikpunkte aus der Ultraszene oder aus der Fanszene, sag ich jetzt einfach mal, ähm, es gab anhaltende Weisungsverstöße durch Kind, davon wusste die DFL, sie ist aber nie tätig geworden, ähm, der Investorenbeschluss wird als nicht wirksam betitelt von Hannover und die Hannover Stimme, was ja auch schon klar war, hätte Nein sein müssen und wenn sie das so formulieren, dürfte mittlerweile, ich glaube, man muss wahrscheinlich immer noch sagen, es quasi, ja, immer noch sagen, dass es wohl so ist, nicht die 100% Klarheit daraus posauen, aber mittlerweile sollte aus den ganzen Berichten schon hervorgehen, dass Kind entgegen der Hannover Stimme, entgegen dem, was Hannover ihm aufgetragen hat, statt Nein für Ja gestimmt hat und da haben wir das Thema gehabt, wie gesagt, nicht nochmal aufzurollen, aber das ist ja auch das Hauptthema, schon allein in der Abstimmung, die dann zum Investor führt, was dann das zweite Thema ist, generell gegen Investoren zu sein im Fußball, die Haltung da, aber allein in der Abstimmung, es ging genau auf eine Stimme, die Mehrheit, die es gebraucht hat, war genau auf die Stimme, die Mehrheit, also auch sauknapp und wenn, allein wenn jetzt Kind zum Beispiel hier, das Thema, allein wenn jetzt Kind so abgestimmt hätte, wie es Hannover ihm aufgegeben hat, wie er es also hätte machen müssen, dann wäre das Ding offline gekippt und eben nicht auf Ja, also das ist eben einfach ein riesengroßes Thema, die DFL, weil sie eben auch Weisungsverstöße, Kind ist das ein großes Thema mit 50 plus 1 bei Hannover, ständig schon seit Jahren und damit handelt die DFL damit auch im Thema 50 plus 1 gegen ihre eigene Satzung, also das Ding ist wirklich ein großes Ding, eine sehr, sehr große Krise im deutschen Fußball, also ich weiß nicht, ob es das jetzt schon historisch oder wie auch immer nennen will, ist eigentlich auch egal die Bezeichnung, aber aktuell auf jeden Fall eine riesengroße Krise, Werte Kalpass hat es auch schön formuliert auf Twitter, jede Klassensprecherwahl läuft professioneller ab als das, was da wohl passiert ist, auch die Stellungnahme von Hannover natürlich auch hier nochmal verlinkt unten im Sammellink ist ja auch ganz klar und ganz wichtig, gerne mal komplett durchlesen, gutes Ding auf jeden Fall und da auch das kam dann heraus aus dieser Hannover-Meldung und vom Kicker dann auch, dass die DFL wohl schon Tage vor der Abstimmung, also vor der zweiten Abstimmung, die dann am Ende mit diesem Jahr, mit dem knappen Jahr geendet ist, dass schon die DFL Tage davor Bescheid wusste, dass der Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft, also Kind, gegen die Weisung des Stammvereins Hannover verschossen wird, ne, Kickerbericht mit E-Mails und so weiter und so fort, das ist schon heavy, das ist wirklich heavy, das mit Kind wurde ja auch schon recht schnell berichtet, also Vermutung, dass er eben für Ja statt für Nein gestimmt hat, aber das, was jetzt passiert, dass die Vereine auch so aktiv werden, wie gesagt, hat Hans-Rossock auch schon was angekündigt, quasi schon seit Dezember und sowas, dieser große Hammer von Hannover jetzt, das kann trotzdem nur oder zumindest in großen Teilen nur mit den Protesten der Fans jetzt zusammenhängen, Thema Wirkung, die ist definitiv da, klar, in Recherchen wäre vielleicht noch ein bisschen was passiert, die Vereine hätten selber was gemacht, aber der letzte Stoß, der letzte Nachdruck, glaube ich, merkst du das ja auch, wie es immer von Woche zu Woche mehr wird, von mehr Protesten auch zu mehr Reaktionen und mehr was ans Licht kommt, die zeigen auf jeden Fall Wirkung und nun würde ich mal sagen, ist es eine ziemlich schlechte Lage für die DFL, weil die Abstimmung musst du eigentlich wiederholen, mit allem, was hier für uns offen liegt, alles Berichte und so weiter, aber für das, was uns hier offen liegt, müsste die wiederholt werden, plus würde ich mal davon ausgehen, so wie es jetzt auch zehn Vereine dagegen sind, die ersten schon sagen, wir stimmen für Nein und das Ding war, auf die eine Stimme genau mit Ja, wenn du jetzt nochmal neu stimmst, dann ist es ein Nein, wenn es wirklich Köln, Köln zum Beispiel durchkriegt, dass du sagst, jo, DFL hat da gar nichts mehr mit zu tun, wir machen es alleine, wir machen es transparent, dann wirst du nicht auf die Mehrheit kommen, die es braucht aktuell, gehe ich mal fest davon aus und wenn man es jetzt aussitzt, aus DFL-Ecke raus, dann gehen die Proteste halt weiter und werden wahrscheinlich noch härter, weil eben jetzt noch mehr ans Licht gekommen ist, die Kritikpunkte waren schon immer da von Ultras oder von der Fanszene und damit auch schon immer valide, wie gesagt, inhaltlich hatte ich nie ein Problem damit oder die meisten haben, glaube ich, hoffentlich inhaltlich kein Problem damit, sondern eher die Protestform, jetzt hat natürlich nochmal Feuer reingekippt in das ganze Ding, das Hannover und sowas, dass die Klubs da vorgehen, das bestärkt die Fans ja nur in dem, was sie vorhaben, in der Protestform und so weiter, das heißt, das Aussitzen von der DFL wäre eigentlich auch nur gefährlich und so, auch dann hat man noch einen Investor, CVC, der damit auch eine geile Ausgangslage hat, du bist der Einzige und kannst damit auch so ein bisschen bestimmen, was du da willst, wie du vorgehst, was du zahlst und sowas, auch das, keine gute Lage für DFL, das ist schon heavy, zum Abschluss noch, zur Vollständigkeit, es gab es auch noch aktuell ein Interview vom Watzke, vom Aufsichtsratsvorsitzenden der DFL und ja auch noch bei Dortmund mit am Start, der sagt nochmal, dass CVC null Einfluss haben wird, hat er betont, dass alle roten Linien akzeptiert werden, dass der Fußball nicht reformiert werden wird, ein Thema Anstoßzeiten oder Spieltagsaufstückelung und so weiter und so fort, das vom Ding her klingt alles schön, wäre geil, wenn es so ist, müsste da eben zu beweisen sein, wenn ein Investor überhaupt kommt, von dem ich aktuell, sollte man Neuwellen nicht ausgehe, aber es sollte jetzt doch aus irgendwelchen Gründen doch noch kommen, dann wäre das zu beweisen und wäre schön und wäre auch so ein bisschen, ja, fast ein Positivbeispiel, das man lange gesucht hat in dem Zusammenhang, aber ganz klar ist auf jeden Fall, der erste Schritt muss eine neue, offene Neuabstimmung sein und dann, wie gesagt, denke ich aktuell, dass das wohl ein Nein sein wird, muss man jetzt weiterschauen, die nächsten Tage werden genug bringen, dann kannst du jeden Tag ein neues Video machen, wie gerade die Lage der Berichte ist und so weiter und so fort, gerne eure Meinung hierzu wieder in die Kommentare, ganz klare Geschichte, dann gerne weitergehen ins nächste Video, keine Ahnung, welche Reihenfolge ihr schaut, ist am Ende des Tages ja auch egal, gerne weitergucken in Videos 2 und 3 rein, wie immer gerne auch kostenlos Like und Abonnenten lassen, ganz klare Geschichte, bedanke mich für das Zuschauen, viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.